Wir sind heute wieder viele. Wir zählen jetzt schon wieder über 50.000 Menschen, die heute hier demonstrieren. Und weil wir so viele sind, platzen wir hier schier aus den Nähten. Zur eigenen Sicherheit bitte ich nochmal die, die hinten stehen, passt auf, geht nicht auf die Straße. Da hinten ist gesperrt, kommt aus dem Rücken weiter nach vorne rum. Und wir sind viele und wir sind mehr, weil die Herzen der Stuttgarter, die hängen an ihrem Bahnhof, die hängen daran, oben zu bleiben. Und deshalb sind wir auch mehr als die anderen, die beim Sektstand und in schönen Klamotten dort ihre Juppie-Veranstaltung machen. Darf jetzt einen kleinen Zwischenbeitrag von Valentin Funk, der möchte den Anwesen kurz was sagen zum Sonderzug. Ganz kurz. Hallo. Wir freuen uns sehr. Wir haben den Fahrplan. Wir fahren am Montag um Punkt 21.30 Uhr von Stuttgart nach Berlin. Und wir werden uns, oder die, die mitfahren wollen, schon eine Stunde vorher in der kleinen Schalterhalle treffen. Dort wird dann Peter Krohmann etwas fröhlich die Einordnung in die Sechserabteile vornehmen. Und dort wird es dann am besten auch noch kurz davor, wer möchte, die aller, allerletzten Karten geben. Der Zug ist schon fast komplett ausgebucht. Es ist ein großer Erfolg. Berlin wartet auf uns. Wir werden auch eine schön geschmückte Lok bekommen. Da kann man sich noch überraschen lassen. Und weiteres. Wir, wer nicht fährt, möchte bitte sich entsprechend kleiden, denn wir haben einige Wegstrecken vor uns. Es kann regnen. Nehmt bitte etwas Warmes mit und nehmt euch auch etwas Festsperr in den Zug mit. Dort gibt es zwar Getränke und kleine Snacks, aber wer Hunger hat, sollte sich vorher vorsorgen. Dann noch was ganz Wichtiges. Wir wollen den Berlinern sagen, was ein Stuttgarter Pflasterstein ist. Deswegen sammelt Kastanien. Wir haben am Stand der Fahrkarten unter der Vornacht der LBBW Mute-Tüten. Die könnt ihr euch abholen. Sammelt sie, bringt sie am Montagabend mit. Und wir zeigen eben den Berlinern, was wir hier für Pflastersteine haben. Dann möchte ich noch für die weiteren Infos auf die Internetseite verweisen. parkschützer.de-sonderzug Wir freuen uns. Allzeit HP1! Applaus